Das vorletzte 35.000 Münzen Pack Wie überspringt diesmal in 3, 2, 1 Ribery! Froh Ribery! Froh Ribery in diesem Pack Ribery unglaublich 200.000 Frank Ribery Von Bayern München unglaublich Richtig, richtig geil Xavi Alonso haben wir noch drin Frank Ribery Der geile Bart hat er auch noch hier Den geilen Bart hat er auch noch Yes, ja man, endlich, endlich wieder Nach dem Klischee-Inform Lewandowski Company und Popper haben wir jetzt auch Frank Ribery gezogen 219.000 Ja man, das ist schon wieder geil Das ist richtig fett Hammermäßig Speichern hier wir schnell Ribery, komm, fahr ein Ja man, yes Das ist schon wieder richtig mega nice Geil Das bockt schon wieder Und dann sehen wir uns beim letzten 35.000 Münzen Set Vielleicht sehen wir ja nochmal so einen geilen Spieler wie Frank Ribery Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal